Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Subsistence. Ich bin gerade noch auf dem Weg von der Höhle nach Hause, aber es ist gerade so wunderschön, die Sonne geht auf. Ich dachte ja, dass ich ein bisschen aufräume mit dem Feuer und sonst was, aber wenn sich das schon so anbietet, hier mit dem Sonnenaufgang auf dem Weg nach Hause, ja, dann nehmen wir euch dazu natürlich nochmal mit. Ich hatte eben auch schon mal einen groben Blick in die Richtung geworfen. Das scheint so, als wenn die Base noch da ist, wo sie hingehört, aber es war Nacht, dass ich da geguckt habe. Deswegen würde ich da gleich gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Sache ist, unsere erste Hilfeausstattung ist momentan ein bisschen mau. Vielleicht zu erkennen, wir haben null Verbände, null Medikits. Der letzte Zusammenstoß mit den Banditen da unten, der war doch ein bisschen zu viel. Normalerweise hätte ich das ja einfach eiskalt weiterprobiert, aber ich dachte mir, nee, das würde so oder so nichts werden. Und bin dann auch sonst wirklich mal geflohen, aber ihr wart ja dabei. Klopfer! Das heißt, du kriegst bald wieder Spielgefährten. Ich muss was trinken. Ich muss was trinken. Mir Wasser. Danke. So. Das füllen wir auch direkt einmal auf hier, Wasser. Ich muss einmal hier wieder, klar, Schiff machen mit einem. Das ist so. Wow. Ich glaube, ich sollte auch mal ein paar Sachen reparieren. Hier sind nämlich so, äh, joa. Ein paar Sachen haben ordentlich was abbekommen jetzt. Aber, naja. Indem ich da ja so viel aufs Maul bekommen habe, finde ich, ist das in Ordnung. So, hier ist noch ein Sauerstofffläschchen. Genau. Gleich im Moment würde ich dich hier gerne wieder in Betrieb nehmen. Und zwar mit drei und drei Kristalle insgesamt. Warum macht das Phosphor noch dazu? Wir schmeißen einen Generator an, den mir alles dauerlaufen kann. Erweiterte Crafting-Materialien. So. 27 Sandräder. Wir haben schon wieder fast 30. Wie geil ist das denn? Teilbahn. Uhu. Bernd. Tasche. Better? Das Munitionslager. Oh, schwarz. Wir haben bald zwei Stacks Schießpulver fertig. Wow. Nehme ich mit? Pfeile bleiben? Hier oben lohnt sich das auf jeden Fall. Weiter mit Pfeilen. Hier. Freistoff. Oh, guck mal. Ich kann mir einen Verband machen. Das mache ich auch mal. Hier. Was war das denn? Schmeißte die Sachen einfach aus dem Fenster raus. Ist okay. Er hat's ja, ne? Zack. Anzünden. Na schön. Hier haben wir Pilze. Hier kommt auf einmal wieder hier runter. Ganz klare Kiste. Baumwollsam. Schön. So, das sieht super aus. Das heißt, wir werden uns jetzt auch einmal wieder um Klopfer kümmern. Hier Tomaten. Das dürfte ich eigentlich schon wieder ausreichen für alles, ne? So, drei. Jupp. Drei reichen. Die vierte kommt zurück. Wow. Das ist Wasser. Ja, erst mal kümmern wir uns hier um alles. So. Hier geht's gut. Eier kommen mit. Ja, Klopf hat Eier gelegt, ne? So, Felder. Ich behaupte mal, die Felder sind hier fertig. Das sieht gut aus. Wasser, Springer, Kern. Das hier wird auch weiterhin exklusiv das Tomatenbeet bleiben. Das heißt, ich werde einmal wieder komplett Tomaten anbauen. Hier noch nicht alles fertig. Schade. Gar nichts fertig, um genau zu sein. Aber das ist ja in Ordnung. Wir gießen einfach mal. Da muss auch Wasser rein. Also, ich glaube, Wasser müsste jetzt überall rein hier. Schade, der Umzug von den Feldern nach unten macht gerade so vieles einfacher. Hat noch nicht gereicht für voll. Das ist eine Kiste und... Ach, Grünzeug. Oh, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass der Loot nicht mehr so mega geil sein wird, wie da unten in den Kisten. Aber... Das Tageslicht ist schon schön. Wieder entspannt Holzfällen gehen. Ach... Ach... Ein bisschen vermisst habe ich das hier oben schon. So. Hier dann Wasser nachfüllen. Immer was zum Trinken da. Der... Der... Elektroschrot. Warte, der war hier dann, ne? Hm, hm, hm. Dann lass uns doch mal ein Steak essen, oder? Ach, komm. Gib ihm. Nein, kann ich nicht essen? Nein! Ich brauche mehr Hunger. Und dann gibt's ein Brathähnchen. Gut, wir machen eine Minitour und dann gibt's das Brathähnchen. So. Hier spawnt der dauerhaft vergammeltes Essen. Das habe ich ja schon als Info bekommen. Das verbrennt nicht... Äh, vergammelt nicht. Welt in Ordnung. Aber habe ich noch Munition? Fahren wir mal so. Wir gehen irgendwie... So. Ich brauche mal hier rein. Und mache mal kurz ein bisschen Schrotpatronen. Drei, 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 vier, fünf. Aber ein ganzes Magazin mit Schrot voll. Und dann gehen wir mal kurz los. Ich würde auch gerne ein Erste-Hilfe-Kit machen können. Das heißt, ich bräuchte zwei Hightonikon und Benzin. Und Stoff natürlich dann. Aber können wir unterwegs mal gucken. Sind zu Hause angekommen. Wir haben ein paar geile Sachen reingeschafft. Das dauert jetzt natürlich alles, bis es durchverarbeitet ist. Aber ich wollte jetzt gerne noch einmal wegen den Jäger-Behausungen gucken. Weil das war echt schon ein bisschen doof, dass wir jetzt zum letzten Mal... Oh, ich hab mal... Also ganz ehrlich. Wenn jetzt immer noch das Problem mit den Behausungen da ist und sie nicht da sind, dann werde ich wieder ein Backup nehmen. Und zwar von dem ersten Mal, wo wir es festgestellt haben. Weil wir da einfach mit mehr coolen Loot nach Hause gekommen sind. So. Wir gucken mal. Oh, ein Bären. Ich fand Bären früher immer so scheiße. Jetzt, wo ich die Fledermäuse gewohnt bin, für einen kurzen Moment, freue ich mich gerade ernsthaft, wieder einen Bären zu sehen. Ah. Oh. Nur weil wir kurz nach Jägern gucken wollen, heißt das ja nicht, dass wir Loot liegen lassen können. Das geht ja gar nicht. Ah, wie viel haben wir denn schon? Ah, er ist fertig gewesen mit dem Craften. Ein Träumchen. Hier können wir auch mit dem Reflexbogen wieder gut arbeiten. Gerade ein Erz nachgespawnt. Das ist okay. Nehm ich. Da ist auch noch ein toter Bär. Und zack, blutig. Mist. Mist. Ah, da denke ich mir gerade mal, lass ich mal kurz die Blutung aussitzen. Da liegt doch irgendwas Großes Totes. Komm ich da ran? Ah, die spawnt. Aha. Guck mal, die ist schon mal da. Hier war noch der fliegende Ofen. Ja. Ja. Bei euch war der fliegende Ofen. Der hat sich wieder erledigt. Okay. Hier schon. Da hinten ist ein Reh. Ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen Spaß am Schwimmen hat. So. Ja gut, Blutung aussitzen. Das tut jetzt natürlich ein bisschen weh vom Schaden her. Aber. Ich fühle mich hier oben sicher genug, dass ich sage, hey, scheiß drauf. Auch jetzt mit halbem Life, solange ich mal. Okay. Du bist ja schon fast tot. Oh. Ja, ja. Okay, jetzt setze ich ihn ein. So. Komm. Oh, Schrotpatronen. Danke. Oh. Oh, Stoff. Komm her. Gib mir Stoff. Ich habe jetzt vier Stoff. Sollte ich Verbände draus machen? Ich bräuchte aber auch noch Stoff zum Reparieren meiner Sachen. Ah. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Ach, gucke mal. Da stehen sie doch. Wow. Ich bin froh, dass das geklappt hat. Hallo. Euch besuche ich noch. Einen anderen Mal. Angenehm. Äußerst angenehm. So, dann lass uns doch hier mal eine kleine Tour um den See starten. Ist der Bär mich an diese Kiste ran? Beinbar. Okay. Okay. Ah, das Eisen Ah, mein Spitzsacke wird das gleich nicht mehr mitmachen Auch gut Egal Einfach grad nur Wieder eine normale entspannte Tour Wir haben zuhause einsortiert Die Raffinerie arbeitet grad die Kristalle und das Phosphor durch Ah, und sobald wir da 40 Kristalle fertig haben Packe ich die direkt zur BK jetzt hier zu der Drehbank Einen BKE Brecher bauen Guck mal, da ist eine Dietrichgisse, da hab ich Dietrich dabei Jawoll Oh Doch Oh, ich dachte im ersten Moment, das ist Metallschrott, aber es ist beides Yay Danke Spiel, was gibt's? Bauwerk, ein paar Nägel, ja Oh, drei Schrotpatronen, geil Dienriegel Gewehrpatronen, bisschen Kupfer, ja Okay Ist okay Allein wegen der Schrotpatronen ist das eigentlich schon geil Ich kann wahrscheinlich keine Spielsacke hier spontan bauen, oder? Oh Gut Geht wohl doch Praktisch Echtes Wolf Level Drei Das heißt, du kommst erstmal mit Mindestens in Einzelteilen Bei denen gibt's gut Fett und mit Hoffnung auch Stoff So, ein Stoff und drei Fett Geil Ah, hab ich das vermisst Uh Ah, das ist bloß, dass wir jetzt halt Naja Hier folgen quasi, wir haben in der Höhle, wovon wir nur zwei, was jetzt produktiv dabei gemacht haben Weil der Rest hat sich ja erledigt Mir fühlt sich das gerade wahrscheinlich mit der Höhle noch nach einer viel größeren Ewigkeit an, als es eigentlich war Ah, was soll's War auf jeden Fall eine coole Erfahrung Und sobald wir wieder zu Hause sind Gibt's das fest mal Einfach jetzt schon, dass es mit der Ausdauer wieder doof ist, weil Beides ist jetzt in Gelb, also Protein ist in Gelb und Gemüse ist in Gelb Dann geht die Ausdauer momentan auch relativ schnell runter Das heißt, unter dem Strich, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein, jetzt mit dem Rumrennen Das krieg ich ja noch geregelt Spitzhacke kann noch Ein paar Stege kann die Spitzhacke noch Uh Das Beispiel Hat doch ein ganzes Herz geschafft sogar Wow Ach da, er hat sie da unten reingesetzt Ist okay Da hinten wohnen wir Da will ich hin Und ich muss meine Sachen reparieren Ah, ich muss grad so vieles machen mit Stoff Das heißt, dass ich jetzt vielleicht doch wieder etwas offensiver auch auf Wölfe losgehen werde Also jetzt, dass ich nicht nur die Dreierwölfe direkt töte, sondern vielleicht auch die Zweier Mehr Mehr Brav Stoff Schön Regen Regen Ach, ich finde es cool, wenn man sich im Regen auch nicht Hände waschen könnte Fände ich ja nur sinnvoll So, Hände sind gewaschen Ab und nach Haus Okay Ah, warte Ich hab keinen Platz für die Muschel, ne Moment, Moment, Moment Ähm Oh doch, hab ich Hab ich, hab ich, hab ich Geil Komm auch da mit zwei Perlen nach Hause Wunderschön Ah, ich werd jetzt mal kurz ein bisschen Atemnot kriegen Und daran ein bisschen Schaden nehmen Aber Halb so schlimm Tada Uh, noch ein Erd Eisen sogar Oh, mir fällt grad ein Ich hab aber noch gar keinen Blick in den Erdburger geworfen Was hat der denn wohl getrieben, wenn wir so lange unterwegs waren Uh Uh Wir können gucken Guck mal, wie stinkreich sind mit Erzen Oh, jetzt kommt der ganze coole Scheiß hier, ne Passte sogar alles, ist okay Oh Warte, ich kann das Fett hier reinschmeißen schon mal Oh, ein bisschen Holz Jeder? Nach da unten Ähm Ja, Stoff brauch ich ja allein für die Oberteil hier, ne Drei Baumwolle und sechs Eisenfragmenten Den kann ich erst mal reparieren Reparieren So Reparieren Auch nochmal sechs Drei Seen und drei Baumwolle Bei drei Drei Okay Okay, der andere sagt, dann geht's, sagen wir mal, den Umständen entsprechend gut Wie schaut's denn hier aus? Oh, ich hab vergessen, ihn auf Kupfer zu stellen Naja, egal Streng genommen haben wir dadurch jetzt natürlich Wasser Äh, ja Dann mach mal bitte Kupfer Gut, aber jetzt Wasser Guck mal, elfmal Bärenwasser Ist das nicht schön? Oh, nö Ach, herrlich So Die Inriegel Muss man die Sachen wegsortieren hier 55 Waffenteile Wow Ich hab schon 32 fertige Kristalle Geil Geil So Ordnung Ach, herrlich Ich freu mich da grad sehr drüber Einfach mal gemütlich zu Hause wieder zu machen So Wo bekommst du nach vorne? Hier, ich hab noch ein Tauwerk für die Kiste hier Naja, sechs Tauwerk, um genau zu sein Okay Okay Prater nachfüllen Können wir uns eigentlich auch direkt einen neuen Tietrich machen, theoretisch, oder? Haben ja alles da Außen ist schlechtes Wetter Nur verbrannt Das ist super Uh, das fest mal Ah, guck mal Es lohnt sich sogar wieder Und go Bam Einfach voll Das ist so ein kleines Detail Das finde ich mega gut Hier, Steak, verbrenn mal Okay Ah, schön Hab ich hier, ne? Ach, herrlich So, das war schon mal wieder eine sehr gemütliche Runde hier Kannst du noch mit hier rüber Bestimmt gleich nochmal was trinken Die Felder sind versorgt Ich hab ein bisschen Energieüberschuss, oder? Ah, ich hab 798 Energie Ah, mir fällt gerade ein Ich brauch für den BKE-Brecher, brauche ich ja sowieso 3000 Strom, ne? Ja, das heißt, ich brauch auch noch einen Größeren Speicher für Masse und Strom Uh, lass uns die doch mal schnell machen Also, einen davon zumindest Äh Äh 7 mit 7, 6, 7 So können wir mal zu merken 7, 6, 7 Ben 6 7 Dann erweitern wir mal unseren Stromspeicher Weil der jetzige Plan ist ja dann ja eindeutig Auf den BKE-Brecher hinzuarbeiten Und natürlich auf den Raid Das ist jetzt das letzte große Ziel, was noch auf der To-Do-Liste steht Das werden wir selbstverständlich auch durchziehen Mit Pech werde ich dabei natürlich verkacken und sterben Aber das ist dann wieder eine andere Sache Möglich ist sowas ja immer So, Stromspeicher Oh, ich müsste jetzt 3000 Stromspeicher haben Genau, 3000 hat er Ich brauch noch 2 von den Masse-Dingern, oder? Oder erhöht einer um 100? Standardmäßig hab ich doch, äh 100 Masse 2 hab ich drin, mach 3 Okay, ja Ich brauch noch einen Masse-Speicher Ich schätze mal Aber auch der wird sich ja relativ gut von alleine regeln Ah, das passt schon So, wir sind jetzt bei 99 live Das heißt, wir haben auch fast die 100 geknackt Geil Mal verbranntes Zeug rein Zack, zack Versorgt Ich hab drüber auch noch eine blaue Kiste gesehen Da schwimmen wir nochmal kurz rüber Ich glaub, es ist eine blaue... Oh, das sind sogar zwei Kisten Und dann soll es das für heute auch gewesen sein Dann geht's ab demnächst mal wieder Mit ganz normalen Tunen Hier, Oberösch Weiter Gut, wir haben momentan Auch nur Klopfer Da Das heißt, wir könnten nochmal wieder Eine Zweitagestour machen Zu dem anderen großen See War ja auch mal nüchst Das war eigentlich auch eine geile Tour Vielleicht müssen wir nur noch mal Dietrich vorbereiten Und ein Feuerchen für unterwegs Dass man sich was grillen kann Insofern, das findet man dann ja Sachen Was bist du denn für eine Kiste? Warte, erstmal nehme ich dich mit Dich Und du bist Gar nicht schlecht Den Dreierwolf nehmen wir mit Ach, komm schon Jo, direkt infiziert, ne? Danke, Spiel Ja, was gegen die Blutung Kann ich jetzt gerade nicht machen Gutes, ich habe ein Heilmittel zu Hause Das heißt, ich muss nur kurz zu Hause ankommen Aber ja, wie gesagt Beim nächsten Mal geht es dann ganz normal weiter Ich werde jetzt so mal In der Nacht zu Hause Versuche vielleicht nochmal Ein bisschen weitere Ordnung zu machen Auf jeden Fall werde ich mich Von der Infektion kurieren Das war wieder so Warum hat der zweite Fall Jetzt nicht so viel Schaden gemacht Egal Ist ja jetzt erledigt Ist zu spät Ich drüber aufregen Kann man machen? Mache ich ehrlich gesagt Auch ein bisschen Aber es ergibt irgendwie auch keinen Sinn Weil Ist so Dumm gelaufen Lebt damit So Dann Wie eben gesagt Wäre es das fort gewesen? Ich bedanke mich ganz herzlich Fürs Zuschauen Wenn es gefallen hat Super gerne Bewertungen da lassen Und Natürlich würde ich mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal Wieder mit dabei seid Ciao Ciao